eines tages besuche ich meinen freund den unternehmer und aus dem tv bekannten fernsehmann jochen schweizer die höhle der löwen in seiner jochen schweizer arena und zeige ihnen mein neues produkt das ich ihnen vorstelle und seine reaktion war wie folgt nein jochen du spinnst nicht und weil er weiß dass er nicht spinnt hat er ja auch gleich reagiert und mit mir gemeinsam eiretorik gegründet eiretorik ist das modernste rhetorik training der welt so schreibt es zumindest das wochenblatt und es hat aus meiner sicht natürlich recht viel im bereich der virtual reality und auch künstlichen intelligenz bin ich unterwegs und beobachte konferenzen treffe mich mit leuten um mich auszutauschen und das was wir hören ist sehr freundlich von denen gemeint und sicherlich übertrieben wenn sie sagen wir sind derzeit fünf jahre voraus vielleicht stimmt es aber auch es hat einfach damit zu tun dass ich als rhetorik trainer immer nur kleingruppen in meinen seminaren habe und natürlich meinen teilnehmen dann schon immer mal dieses gefühl geben wollte auch vor einer großen masse an menschen zu sprechen und das war in der vergangenheit einfach nicht möglich als ich meine erste virtual reality brille auf dem kopf hatte habe ich gedacht mensch damit müsste doch sowas zu simulieren sein habe jahrelang eigentlich über jahrzehnt daran gearbeitet und dann 2018 das erste mal etwas entwickelt dass wir zumindest mal ausprobieren konnten im seminar seit 2019 2020 dann regelmäßig im einsatz bei mir eine reine simulations software doch heute können wir viel mehr ein komplettes rhetorik training abbilden mit virtual reality und online wie das funktioniert nun wie folgt das hier ist die website zu eiretorik hier können sich teilnehmende informieren und sehen was sie lernen werden sie werden lernen begeistert zu reden motivierendes feedback zu geben sicher und selbstbewusst aufzutreten und schwierige kommunikative situationen zu meistern das sind also die hauptziele natürlich gibt es ein video was das alles erklärt und das ist der ablauf ein sechswöchiges online training mit virtual reality ohne einsatz von menschen tatsächlich nur visualisierten menschen dazu später noch mehr es gibt noch eine überraschung das ganze startet hier zum beispiel am ersten zehnten mit einem onboarding hier bekommt der teilnehmende also eine kiste nach hause geschickt in dieser kiste ist so eine virtual reality bille drin die ihn für sechs wochen geliehen wird in dieser brille natürlich eine entsprechende software die ich gleich vorstellen werde und ein zugang zu einer online plattform eine lernplattform und auf dieser lernplattform werden die teilnehmenden dann den avataren begegnen von jochen schweizer und mir meiner sieht so aus hallo ich bin michael elas rhetorik trainer und bestseller autor allerdings bin ich das nicht wirklich also eigentlich schon aber eben auch nicht wie sie hier sehen ist mein virtueller klon dieser klon wird zukünftig in meinen seminaren eine aktive rolle spielen und die teilnehmenden auf eine lernplattform begleiten ja das war tatsächlich ein deep fake avatar das heißt diese worte die diese figur gerade eben gesprochen hat mit meiner stimme mit meiner bibic habe ich tatsächlich nie gesagt das schöne an avataren ist dass sie skalierbar sind das heißt ich als trainer bin nicht skalierbar ich bin einfach immer nur für meine zehn teilnehmenden da weil rhetorik aber so wichtig ist es ist so wichtig sich ausdrücken zu können es ist so wichtig sein wissen sein können auch an den mann und an die frau zu bringen tja würde ich gerne viel mehr menschen erreichen und dieser avatar der kannst denn der drückt morgen auf knopfdruck drückt er kann der englisch american english british english der kann französisch italienisch mandarin jede sprache der welt sprechen und ihr ahnt schon wohin dieses training und diese trainingsreise mit ei rhetorik gehen wird ganz genau das wird ein weltweites produkt werden auf der online plattform begegnen die teilnehmenden also den avataren von jochen schweizer und mir am anfang gibt es ein video eine aufzeichnung eines impuls vortrag von jochen schweizer mein weg zum erfolgreichen kommunikator dann eine keynote von mir wo es um die heldenreise erfolgreicher rhetoriker und rhetorikerin geht 18 regeln für eine gute rede und ein vortrag von fabian friedrichs er ist der inhaber der trainingssoftware die wir dort einsetzen namens easy speech der sagt wie diese technik funktioniert mit der virtuellen brille warum online und virtuell trainieren nun eine ganz entscheidende frage ist wer kommt eigentlich in meine bisherigen seminare die finden hauptsächlich in st gallen bei den st garner management schulen und auf mallorca statt wenn ich sie selber mache das sind unternehmer unternehmerinnen persönlichkeiten des öffentlichen lebens menschen die einen sehr hohen anspruch an sich selbst sondern ihre rede wirkung haben wer kommt die die oft schon gut reden können zu 80 prozent und zu 20 prozent die dies jetzt müssen weil sie zum beispiel beruflich in eine neue position gekommen sind in der sie sich darstellen müssen ich möchte aber die introvertierten menschen auch erreichen und das sind die die normalerweise ungern auf so ein training gehen wenn sie nicht müssen und die kommen teilweise nicht weil sie schon seminar erfahrungen gemacht haben die peinlich waren übungen die scham ausgelöst haben das ist schade aber verständlich weil viele trainings einfach auch nicht gut konzipiert sind dazu kommen noch inhalte die manchmal einfach nicht stimmen merabian formel 7 38 55 nichts wurde häufiger falsch zitiert und anders als es der professor merabian tatsächlich in seiner studie gemeint und erforscht hat als die merabian formel das wird da draußen reproduziert und reproduziert wie kann ein kunde sich dann darauf verlassen dass es ein top seminar gibt nun indem er zu einem anbieter gibt der über seine buchveröffentlichungen schon bewiesen hat am wirklich aktuellen puls der zeit zu sein hart wissenschaftlich zu arbeiten weil zum beispiel die sand gallener management schulen auf die inhalte sehr sehr genau schauen und dann gehe ich in ein trainingsraum in dem nichts peinliches passieren kann das ist gar nicht möglich weil es in diesen virtuellen räumen dafür einfach keinen raum gibt und da schauen wir jetzt mal rein wie sieht das aus absolute welt sensation ja und ihr habt es schon gesehen in diesem kurzen video es ist nicht nur dass diese brille verschiedene räume simuliert nein es wird auch noch die rede leistung gemessen also zwei ebenen von denen wir sprechen eine online plattform hier in der sechs wochen lang die teilnehmenden zugang haben und alle rhetorisch wichtigen inhalte von jochen schweizer und von mir präsentiert bekommen und nicht nur dass dort avatar videos sind nein das ganze ist stark mit einem gamification faktor aufgebaut das heißt es macht auch unglaublich spaß man muss so verschiedene level durchlaufen keine raketenwissenschaft aber dennoch muss es eben gemacht werden weil der inhalt aufeinander aufbaut die leute lernen auf der browser plattform ei rhetorik und machen dort auch übungen auch hier müssen sie videos hochladen ein einstiegs video ein video nachdem sie die ersten einheiten gelernt haben und ein abschluss video dem die teilnehmenden inzwischen zeigen was sie können und nicht nur dass das passiert dass sie das zeigen müssen nein es passiert auch noch etwas mehr denn die teilnehmenden ich musste hier mit dem fußschalter mal ein bisschen klicken denn die teilnehmenden geben sich auch noch feedback und das sieht wie folgt aus ein teilnehmer oder eine teilnehmerin lädt ein video hoch die erste video aufgabe der nächste der online geht teilnehmer nummer zwei der kriegt nun die aufgabe ihm ein oder ihr ein feedback zu geben zu diesem video wie feedback funktioniert dazu gibt es natürlich auch eine lan einheit und der dritte teilnehmer der online geht der hat nun die aufgabe sich sowohl das video als auch das feedback anzuschauen und jetzt ein feedback zum feedback zu geben und ihr ahnt es der der eins ist wird zu zwei der der zwei es wird zu drei und der der drei es wird zu eins das heißt das macht klick 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 das ganze system schaltet sich einfach wieder um und dann war jeder einmal in der rolle ein video hochgeladen zu haben jeder in der rolle feedback zu geben und jeder in der rolle feedback zum feedback zu geben und das ganze passiert dreimal das heißt wir haben hier einen echten teil was dazu kommt ich bin davon überzeugt online funktioniert am besten mit offline wenn menschen die sich online treffen auch einen offline einen echten kommunikationsfaktor haben dann wird es noch tiefer gehender sein für das persönliche lernerlebnis und das ist hier einfach gewährleistet weil diese menschen die sich feedback geben sich natürlich kennenlernen und jede lerngruppe die in einem so einem seminar zusammenkommt sich eben auch kennenlernt in einer community funktion die eingebaut ist mit in das eirethorik programm also wir kommen in eine community wir haben eine lerngruppe die sich feedback gibt wir haben tolle trainer die inhalte geben und wir haben einen scham befreiten lernraum mit dieser virtual reality brille denn wann du trainierst wo wie oft das ist völlig den teilnehmenden überlassen sie können hat in der küche machen im badezimmer im keller sie können sich ihren garten ans meer stellen es spielt überhaupt gar keine rolle brille auf und du bist entsprechend in den räumen den du trainieren möchtest und ist das nicht der absolute wahnsinn ich finde auf jeden fall schauen wir noch mal rein so sieht diese brille aus die wird ausgepackt dann auf den kopf gesetzt und schon sind wir in unterschiedlichen räumen den raum habt ihr schon gesehen das ist die große gedanken tanken bühne diese große redner marke die ja auch das greater festival im sommer macht wir haben einen kleinen raum eben gesehen mit zehn teilnehmenden eine aula mit 250 teilnehmenden und die gedanken tanken bühne mit 500 leuten dann wird trainiert und geübt und geübt wo immer man will und dann gibt es auswertungen auswertungen die ja dann auch im browser abzulesen sind wie war meine leistung an den verschiedenen punkten wie gut war mein blickkontakt hat die rede geschwindigkeit gestimmt habe ich ausreichend pausen gemacht moduliere ich natürlich das heißt mache ich die satzzeichen hörbar die brille hier die ki dort drin misst sogar die semantik entschuldigung die sentiment analyse das heißt wie viele begriffe die ich benutzt habe waren positiv wie viele waren neutral und wie viele begriffe waren negativ spoiler alarm natürlich bei überzeugungsreden wenn ich andere menschen von etwas überzeugen möchte ist es wichtig dass ich viele viele positive begrifflichkeiten benutze alles das ist also heute fertig und gibt es bereits es ist im markt wir haben schon vier durchführungen durchgeführt die nächste am 1.10.2022 das ziel ist es wird jetzt noch einiges in diese plattform insgesamt zur verbesserung investieren müssen und zeit hineinstecken das ist notwendig wenn wir auch schon vier durchführungen gemacht haben mit begeisterten teilnehmen dann ich lasse mal eine zu wort kommen so ist es doch so dass wir als machen natürlich immer weiteres potenzial sehen das doch zu verbessern hier hören wir mal eine teilnehmerin ich habe letztes jahr das rhetoriktraining bei michael ehlers und jochen schweizer gebucht und der dritte punkt ist dass wir beigebracht bekommen haben wie wir vorträge gut aufbereiten können also was die struktur eines vortrags ist oder einer überzeugungsrede und damit fällt es mir viel viel leichter vorträge schnell vorzubereiten und in einer sinnvollen reihenfolge auch zu gliedern und dafür möchte ich mich ganz ganz herzlich bedanken für das was wir da wirklich mitbekommen haben das war sehr sehr wertvoll ist sehr sehr wertvoll und ja kann es auf jeden fall weiterempfehlen ja wir haben also inzwischen schon 100 teilnehmende gehabt und nicht nur dass es bei diesem online training bleibt nicht nur dass du diese browser möglichkeiten hast das training in der virtuellen welt sondern es gibt nachher noch eine einladung zu einem großen event für alle teilnehmenden die lust haben und sagen jetzt habe ich so viel gelernt in virtueller welt mit künstlicher intelligenz jetzt möchte ich in zukunft doch auch mal zeigen dass ich das auf der bühne auf dem tatsächlich beherrsche diese person laden wir ein zu einem event einmal im jahr die jochen schweizer arena dort können dann 20 rednerinnen und redner die sich bewerben bei einem rede wettbewerb antreten bei dem jeder gewinnt das kann ich schon mal voraussagen in der jochen schweizer arena treffen sie jochen und mich wir geben natürlich impuls vorträge und motivieren nochmal auch für die bühne dann geht es auf die bühne mit aufzeichnung mit fotos allen drum und dran reden die rednerinnen und redner die erste durchführung die wir dort gemacht haben war atemberaubend das tolle an echter rhetorik ist eben dass der redner und die rednerin in ihrer persönlichkeit gestärkt werden rhetorische werkzeuge bekommen die diese persönlichkeit noch mehr nach außen strahlen lassen und wir dadurch hoch authentische tolle vorträge haben tja dieses produkt ist fertig das gibt es bereits habe schon gesagt vier durchführungen haben wir hinter uns die fünfte nach der sommerpause vor uns und ich freue mich sehr über den austausch über feedback und natürlich auch über teilnehmende für dieses tolle projekt und wenn fragen sind www.eirethorik.de dort gibt es natürlich auch einen kontaktbutton ich freue mich von euch zu hören dankeschön euer michael ellers ich freue mich von euch zu hören